Hallo! Jo! Falls ihr euch jetzt fragt, was hatten die schon wieder auf dem Kopf? Diesmal ist es was, was auch ihr gewinnen könnt! Ja meine lieben Freunde, ich habe 20.000 Abonnenten erreicht! Und um euch auch was kleines zurück zu geben, weil ihr mir ja so viel Liebe schenkt, habe ich mir da was zusammen mit Mood Rush überlegt. Und zwar verlose ich für euch diese Mütze, dieses Kissen und dieses Kissen. Darf ich vorstellen, Kawaii Kitty, Awesome Alex und Jum Jum. Wisst ihr an was mich Jum Jum ein bisschen erinnert? An mein Gesicht, wenn ich das hier sehe. Und das ist dann mein Face danach. Und für Mützen habe ich eh eine Leidenschaft, wie ihr wisst. Ja! Was geht? Mütze? Na ja, ihr wisst was ich meine. Das einzige was ihr für diese tollen Dinge machen müsst, ist in die Kommentare zu schreiben. Und zwar, ich stehe ja so auf Smileys, ihr wisst. Ich habe euch schon mal gefragt, was eure Lieblings Smileys sind. Und jetzt will ich von euch wissen, was ist der abgefahrenste Smiley, den ihr je gesehen habt. Es gibt ja verschiedene, viele ausgefallene Dinge, Smileys. Würde mich mal interessieren, was ist da... Ich habe schon viel gesehen, aber es gibt bestimmt noch viel mehr. Das Ganze wird dann aus den Kommentaren ausgelost. Und ja, das ist dann klar, dass umso mehr Kommentare ihr schreibt, umso höher sind eure Gewinnchancen. Der Gewinner kriegt dann eine Nachricht. Und ich schaue nach, ob das Video unter den Favoriten seid und ob ihr Abonnent seid. Weil, wenn ihr kein Abonnent seid, dann macht es ja keinen Sinn. Weil das ist ja für meine Freaks. Genau. Die Gewinner kriegen dann eine Nachricht von mir. Und dann müssen sie mir ihre Adresse schicken und dann schicke ich... ...diese Sachen. Ihr versteht, was ich meine. Freakies, die unter 18 sind, brauchen eine Einverständniserklärung für ihre Eltern. Aber ich denke, das wird nicht so schwer sein, weil wenn man was gewinnt, dann gewinnt man was. Und dann sagten die Eltern auch, hier, unterschreibe ich. Das Gewinnspiel läuft bis zum 14.02. und 23.59 Uhr. Dann ist Schluss. Das war's dann, denke ich, auch schon. Ich wollte natürlich ein großes Dankeschön sagen an die vielen anderen YouTuber, die mich unterstützt haben. Durch die ich natürlich geschafft habe, an die 20.000 überhaupt ranzukommen sind. Apple Watch Pictures, MirrorsFX, Lord Abaddon, I'm Lali, Mr. Trashpack, die Tanne, die Welle, Maniac... ...und alle, die an diesem tollen Wochenende dabei waren. Hier ist nochmal das epischste Epic-Video aller Zeiten auf YouTube verlinkt. Es ist so schön. Und, ähm... Genau, allen anderen, ich glaube, die Leute fühlen sich angesprochen, bei denen ich in den Videos mitspielen dürfte und so. Das hat mir alles sehr geholfen. Und... Dankeschön. Zum Schluss noch ein bisschen eine ernstere Nachricht an alle da draußen. Und zwar... Kämpft einfach weiter in eurem Leben, egal was für Probleme ihr habt. Es wird immer jemand da sein, der euch vermisst. Und damit... Patju! Viel Glück beim Gewinnspiel, um diese wonderful Kissen zu gewinnen. Und die Mütze nicht vergessen. Die Mütze ist geil. Die werde ich bestimmt mal in irgendeinem Video benutzen. Und dann habt ihr die gleiche wie ich. Yay! Wer will das schon? Hä? Also haut ihr in die Tasten, Leute! Tschau! Tschau!